Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um die neue Maybelline Green Edition, die ab sofort in der Drogerie ist. Und als ich das Ganze bei Instagram bei Produkttesterinnen gesehen habe, dachte ich mir... Hä? Aber Freunde, ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr hattet eine wunderschöne Woche und ich hoffe ihr habt die Hitze vor allem gut überstanden. Mhm, Maybelline hat eine komplett neue Reihe rausgebracht und die ist jetzt auch schon zu bestellen. Ich habe sie erst nur wirklich bei produkttestenden Personen gefunden und habe sie mir dann bestellt. Ich bin froh, dass ich sie mir nicht bei Kaufland bestellt habe, da konnte ich sie mir aus Frankreich bestellen. Da hätte ich aber pro Fläschchen über 34 Euro gezahlt oder so und dachte mir, nee, 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 komm, die Tage kannst du auch noch warten. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich bin vor allen Dingen sehr, sehr skeptisch. Vielleicht habt ihr das Ganze schon mitbekommen. Aber Maybelline dachte sich, okay, wir bringen jetzt einfach mal eine Green Edition raus und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich will einfach in den nächsten 20 Minuten mit euch ein bisschen darüber reden, was mein Eindruck ist, wie die Produkte vor allen Dingen sind und warum genau sowas. Und wenn ihr darauf Lust habt, würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Okay, Freunde, sorry, wenn ich schon so ein bisschen durch den Wind aussehe, aber es ist 19 Uhr am Tag vorher. Und es ist einfach so unerträglich warm, dass ich mir gedacht habe, ich drehe heute erst ein bisschen später. Ich zeige euch erstmal ganz kurz, was wir haben. Wir haben ein Super Drop Tinted Oil, ein gefärbtes Öl. Wir haben ein Puder, ein Blurry Skin Powder. Wir haben eine Mascara. Ich habe mich hier für die Farbe Brownish Black. Und wir haben ein Lippenprodukt. Und ich habe so ein bisschen auf der Seite mal recherchiert. Ich zeige es euch gerne nochmal. Und so habe ich bei dm so ein bisschen auf der Seite recherchiert. Es gibt die Produkte tatsächlich auch jetzt aktuell nur online. In der Filiale noch nicht. Ich weiß nicht, wann sie kommen. Für einen gepflegten Tag. Formel mit Jojoba-Öl und Marula-Öl. Hier sind aber auch noch andere Ölsorten mit drin, habe ich gesehen. Beispielsweise Soja-Öl ist auch noch mit drin. Aufbaubare Deckkraft besteht aus anteilig recyceltem Verpackungsmaterial. Das Green Edition Super Drop Foundation-Öl von Maybelline vereint Make-up und Hautpflege in einem. Und beschwert Ihnen ein natürliches Aussehen, ein leichtes Tragefühl und einen gepflegten Tag. Denn das Foundation-Öl mit Jojoba und Marula-Öl zaubert ein natürliches Finish, während die leichte Formel sich einfach mit der Haut verblenden lässt. So wird ein wunderschöner No-Make-up-Look kreiert. Okay. Erstmal gar nicht so schlecht. Das heißt also für mich, ich muss ja immer so ein bisschen journalistisch daran gehen. Ich gehe unvoreingenommen daran. Ich erwarte keine Full-Coverage-Foundation. Das kann ich nicht tun. Ich erwarte aber ein sehr, sehr spannendes Hautgefühl. Und ich bin so ein bisschen skeptisch gewesen. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Öl. Öl im Sommer ist natürlich ganz besonders spannend. Was mich persönlich aber so als erstes gepackt hat, ist, ich habe auf der Maybelline-Seite so ein bisschen recherchiert. Da war sie noch auf Englisch. Und da ging es halt so ein bisschen darum, dass Maybelline Produkte machen will, die die Leute kaufen wollen. Also Maybelline sieht den Wunsch der Konsumentinnen und passt das dann an, was für mich aber aktuell so ein bisschen schwierig einzuordnen ist. Weil eigentlich sollten die großen Big Player in der Kosmetikindustrie ja das freiwillig machen natürlichere Inhaltsstoffe setzen, recycelte Materialien und nicht nur, weil es die Kunden wollen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich zeige euch erstmal, was ich hier gekauft habe. Und zwar habe ich, wie immer, für ein bisschen mehr Inklusivität hier auf meinem Kanal die Foundation in drei verschiedenen Farben gekauft. Einmal die 10. Insgesamt gibt es 10 verschiedene. In Deutschland war die dunkelste zur Verfügung stehende zu dem Zeitpunkt, als ich bestellen habe, aber die 60. Sieht, wenn es auch wirklich diese 10 dann irgendwann gibt, gar nicht so schlecht aus, weil es halt wirklich etwas Softes ist und das hier wirklich nicht so unbedingt um Untertöne geht. Ich kann die Untertöne jetzt gar nicht bewerten, aber wir probieren es einfach aus und ich würde vorschlagen, let's go! Ich habe euch nochmal ein kleines Stückchen hergeholt. Ich rieche tatsächlich nichts. Es riecht sehr natürlich. Natürlich muss ich sagen. Es fühlt sich tatsächlich einfach an wie ein Öl auf der Haut mit ein bisschen Farbe. Es könnte entweder das Ding überhaupt sein oder es ist der totale Flop. Wir probieren jetzt mal die 30, wie sie farblich passt und dafür nehme ich mir einen Foundation Brush und arbeite mir das Ganze erstmal ein. Okay, ich brauche mehr. Farblich sieht es gar nicht so schlecht aus, aber es fühlt sich tatsächlich aufregend an, wenn ich das so beschreiben darf. Ihr kennt mit Sicherheit auch Gesichtsöle für eure Skincare-Routine, die ihr in euer Gesicht gebt, einfach um ein bisschen Pflege drin zu lassen. Es fühlt sich genauso an. Genau so. So dieses an manchen Stellen kribbelt, weil es halt sehr, sehr flüssig ist. Ich arbeite mir das jetzt mal mit einem Schwamm ein auf der halben Seite. Ich bin überrascht. Die Deckkraft ist tatsächlich jetzt mehr als gedacht im Direktvergleich. Und dann gehen wir mal ganz, 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 ganz nah ran. Ich habe mir nämlich echt gedacht, das sieht wahrscheinlich auf der Haut furchtbar aus. Weiß ich gar nicht, ob ich es so schlecht finde. So, ich hole mal meine Lupe raus. Ich muss immer so ein bisschen nach drüben gucken. Also, ihr seht es, die Deckkraft ist extrem leicht, so wie ich sie jetzt aufgebaut habe. Es fühlt sich jetzt nach ein paar Sekunden aber gar nicht mehr so ölig an. Ich bin Tatsache nämlich mit der Erwartung rangegangen, in Entführungszeichen, dass das ganz komisch auf dem Gesicht aussieht. Nehmen wir jetzt nochmal eine Pipette. Das ist jetzt wirklich auch eine Menge, die da rauskommt aus der Pipette. Es ist sehr, sehr flüssig. Ich muss aber sagen, mit einem Schwamm geht das Ganze sehr, sehr schnell. Der Schwamm saugt natürlich so ein bisschen was auf. Wenn ihr den aber nass macht, dann wesentlich weniger, weil ihr einfach Öl und Wasser habt. Das vermischt sich sehr, sehr schlecht, beziehungsweise fast gar nicht. Und so könnt ihr das einfach schnell und einfach übers Gesicht schuppen. Ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen unangenehm an. Auf den ersten Eindruck, wenn man das frisch verteilt, weil es einfach super, super ölig ist. Ich habe es nur noch nicht ganz verstanden, warum man so ein Ölprodukt rausbringt. First Impression. Die Haut sieht wirklich nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also, sie ist sehr glowy, aber nicht so ölig glowy. Das ist ganz verrückt. Wir haben Foundations, die sind wesentlich speckiger, sage ich jetzt mal. Das sieht jetzt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Es fühlt sich einfach äußerst unangenehm, vor allem im Nasenbereich an. Wenn ihr aber First Impression mäßig, wenn ihr eine sehr, sehr trockene Haut habt und ihr nicht so viel Foundation tragen wollt, sondern wirklich einfach ein bisschen Farbe haben wollt, fühlt es sich so an, als könnte es was für euch sein. Wir machen jetzt mal ein bisschen weiter und wir schauen mal, wie sich das in den nächsten paar Minuten verhält, ob sich das so ein bisschen von selbst fixiert. Ich nehme jetzt ein bisschen Concealer. Vielleicht ist das wirklich eine neue Seite von mir, die ich jetzt gerade kennenlerne. Diese No Makeup Makeups, dieses Zarte, mehr auf Ölbasis, ein bisschen frischer. Ich kann euch ja natürlich jetzt noch keinen Langzeit-Test geben. Ihr werdet das Video auch schon morgen sehen. Ich schreibe euch in die Kommentare, falls ich es nicht mache, erinnert mich bitte dran, nochmal so ein kleines Feedback, wie sich das Ganze abschminken ließ, wie sich meine Haut am nächsten Tag auch angefühlt hat. Einfach, weil ich das jetzt noch nicht so einschätzen kann. Ich aber auch nicht glaube, dass das lange hält im Gesicht. Es gibt mir so ein Gefühl, ich habe ja in den letzten vier Jahren wirklich schon viele Foundations getestet. Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht so ewig hält. Mit ein bisschen Concealer sieht das Ganze auch wirklich sehr, sehr schön aus. Ich glaube, dass das etwas sein könnte, wenn ihr Beauty-Fotografie macht. Wenn ihr Fotografinnen seid, die wirklich auf Hauttextur achten, die diesen Natural Skin Effekt haben wollen, dann könnt ihr das sich sehr gut fotografieren lassen. Wir fixieren das Ganze mal. Und da gibt es hier ein Puder. Das ist das Blurry Skin Green Me Puder. Das Ziel von diesen Green Me Produkten soll sein, keine... Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Das kann ja jeder Marke selbst für sich entscheiden. Denn Maybelline sagt, wir wollen natürliche Inhaltsstoffe, natürlichere Inhaltsstoffe, pflegende Formel, recycelte, anteilig recycelte Verpackung. Ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Wir fixieren das Ganze jetzt erstmal im T-Zone-Bereich. Und da führe ich euch wieder ein Stückchen heran, weil es könnte jetzt das Ganze wirklich sehr, sehr schön machen oder komplett kaputt machen. Ihr merkt schon, da bin ich tatsächlich auch mit meinem Latein am Ende so ein bisschen bei diesem Produkt, weil es halt etwas ist, was ich persönlich so auch noch nie benutzt habe. Ich nehme jetzt einen Pinsel und gehe in das Puder. Ich habe hier die Farbe 35. Auch das ist nicht parfümiert. Und ich gehe jetzt einfach mal hier unter meinen Augen und an der T-Zone lang und presse mir das Ganze wirklich an. Ihr seht, auf meinem Augenlid creased es so ein bisschen. Aber im direkten Vergleich, hier ist es speckig. Hier hat es eigentlich ganz gut mattiert jetzt. Ja, da ist es. Also, im T-Zone-Bereich hat das Ganze recht gut funktioniert, muss ich sagen. Jetzt habe ich aber nicht mehr dieses Gefühl von, ich trage kein Make-up, sondern jetzt ist es halt eine pudrige Textur. Auf der Stirn, ich nehme mal denselben Pinsel und gehe jetzt hier mal rüber, nimmt es auch recht schnell den Schein weg. Und dann sieht es halt nicht mehr so natürlich aus, ne? Ich nehme mal einen großen Pinsel. Im direkten Vergleich seht ihr das Ganze auch nochmal. Es hat ganz leicht die Farbe der Foundation ein bisschen geändert. Liegt jetzt aber wahrscheinlich auch daran, dass es einfach eine andere Farbe ist als die Foundation-Nummer. Ich finde es jetzt aber nicht so schlecht. Wobei, ich glaube, jetzt seht ihr unter den Augen, dass sich das so ein bisschen separiert. Also, der T-Zone-Bereich sieht sehr, sehr florless aus. Ihr wisst es, ich habe keine Filter hier auf den Videos. Unter den Augen finde ich es jetzt persönlich aber nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. Jetzt bleibt doch mal kurz hier so auf der... Es tut mir leid, dass ihr jetzt so nah seid. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel. Und jetzt gehen wir einfach nochmal hier lang. Also, da würde ich fast sagen, eine leichte Schicht Puder reicht aus. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, was euer Eindruck ist. Wie findet ihr die Base? Unter den Augen gefällt es mir persönlich jetzt nicht. Es kann aber auch sein, dass der Concealer sich nicht mit dem Puder verträgt. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch. Ich vertraue diesem Produkt noch nicht so ganz. Also, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, bei 38 Grad damit rauszugehen. Ich weiß nicht, warum. Wir haben noch was anderes. Und zwar ein Produkt für die Lippen. Und das ist das hier. Das ist leider beim Transport ein bisschen geschmolzen. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Das sind die Green Me Balmy Lip Blush Lippenstifte. Ich habe ihn in der Farbe 007 Moonlight. Und so sieht das Packaging einmal aus. Finde ich gar nicht schlecht. Ich mache mal hier die kaputte Spitze ab. Auch das, das riecht so ein bisschen nach Wassermelone. Und wir tragen es einfach mal aus. Es schmeckt auch nach Wassermelone. Und das ist, vielleicht bin ich da zu streng. Aber wenn ich eine Green Collection haben will, dann packe ich da keine Duftstoffe rein. Wisst ihr, was ich meine? Das riecht stark nach Wassermelone. Das sieht aber sehr schön aus den Lippen. Ich gebe mir das jetzt mal hier ein bisschen auf den Handrücken, dass ihr die Textur sehen könnt. Das ist sehr, sehr balmartig. Also super, super reflektieren. Schon fast so ein bisschen glossy. Ich will das mir jetzt mal als Blush auftragen. Ich sette mal ganz kurz mein Gesicht. Auf der einen Seite nur. Einfach um zu schauen, wie sich das Ganze mit Wasser jetzt auch wieder verträgt. Hä? Also klar, aber normalerweise, wenn wir Setting Sprays benutzen, dann zieht das ein. Passiert hier nicht. Das sitzt jetzt einfach oben drauf. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Blush hier rüber gehen. Mache ich jetzt aber mal kurz nicht. Also ihr seht richtig diese Wasserperlen auf der Haut, oder? Und so sieht es einfach wieder schön aus, muss ich sagen. Das ist ein bisschen zu viel für mein kleines... Also... Ich verstehe es. Ich verstehe das Wasser und Öl. Aber ich dachte mir... Nicht... Also ich habe soweit nicht gedacht, dass sich das halt einfach gar nicht verbindet. Und das... Das ist verwirrt, Leute, Freunde. Es tut mir leid. Ich bin selber ein bisschen verwirrt. Das bringt mich wieder so ein bisschen zurück auf den Gedanken. Okay, es ist eine Ölformulierung. Sie soll frisch, sie soll leicht sein, sie soll natürlich sein. Ich will ja aber trotzdem, dass sie hält. Also muss ich sie irgendwie fixieren. Ja, kannst du knicken. Also du kannst es nicht fixieren. Du kannst das Produkt nicht dabei unterstützen mit einem Fixing Spray, mit einem Setting Spray, dass es länger hält. Das Einzige, was du machst, ist, du machst dein Gesicht nass. Wir probieren es jetzt trotzdem mal kurz. Der Zug ist heute abgefahren. Ich nehme jetzt das Produkt. Das gefällt mir von der Textur her sehr, 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 sehr gut. Und das kann ich mir auch gut als Blush vorstellen. Wir schauen mal, was passiert. Das ist das, was ihr auf meinem YouTube-Kanal bekommt. Experimente. Das ist nice. Ich arbeite mir jetzt so ein bisschen auch das Wasser in die Haut. Das finde ich halt sehr schön. Der Pinsel ist komplett nass. Wir probieren es jetzt nochmal auf der anderen Seite, wo jetzt ein bisschen Puder drauf ist. Nur ganz leicht. Das gefällt mir richtig gut. Also hier auch. Es ist halt ein ganz verrücktes Feeling an Produkt. Hier wunder, wunderschön. Also egal, was die Foundation, das Produkt könnt ihr euch anschauen als Blush. Als Lippenstift fühlt sich sehr, sehr pflegend, sehr, sehr leicht an. Sekunde, gib mir mal ein paar Minuten. Alright, ich bin nach fünf Minuten immer noch nicht schlauer geworden. Was ich mir dabei denke. Also es ist das Einzige, was wirklich auf der Seite passiert ist, ist verdunstet. Klar, Wasser, Öl, kein Ding. Es sieht aber, seht ihr, meine Nase da wird schon wieder ölig. Das ist fantastisch. Das ist mega nice. Es gibt noch ein anderes Produkt. Und da habe ich große Hoffnungen drin. Das kann mir bedienen ja eigentlich wirklich immer gut. Das sind Mascaren und die gibt es in schwarz und einmal in so einem braun-schwarz. Und auch das Bürstchen sieht sehr spannend aus. Das ist nämlich so ein bisschen gedreht. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ein bisschen geschwungen, ein bisschen gedreht. Ich curl einmal meine Lashes. Und ihr seht es hier gerade, ne? Auf meinem Auge separiert sich das schon. Ja, sie macht ein bisschen dickere Wimpern. Finde ich jetzt persönlich aber nicht schlecht. Es ist halt auch kein braun, ne? Nur ein schwarz-braun. Das ist nicht so ein ganz kühles, krasses Braun. Und Freunde, in der Kamera sieht das Ganze gar nicht schlecht aus, gerade wenn ich ehrlich bin. Es ist total frisch. Es ist total natürlich. Jetzt vielleicht noch so ein paar Freckles ins Gesicht. So ein ganz leichtes, einfach nur so ein paar Sommersprossen künstlich raufgemalt. Und so ein Natural Girl Make-up. Erfahrungsgemäß würde ich jetzt sagen, das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu tricky, dass ich da euch jetzt ein Go geben würde. Was ich mir vorstellen kann und was ich jetzt auch nochmal schnell mit euch probieren möchte, ist eine sehr, sehr trockene Foundation zu nehmen. Wie die Liquid Coverage von Catrice. Und damit so ein bisschen zu mischen. Einfach nur mal fürs Feeling. Wie verhält sich das Produkt? Kann man das Ganze damit vielleicht ein bisschen aufpeppen? Und das hat sich sehr, sehr gut miteinander verbunden. Es fühlt sich auch sehr gut an und ihr habt dadurch natürlich so eine etwas leichtere Deckkraft. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr das so ein bisschen nutzen könnt, um eine Foundation etwas frischer zu machen. Etwas leichter zu machen. Und da bitte aber auf die Inhaltsstoffe, dass ihr keine Foundation wirklich auf Wasserbasis habt, sondern eine vielleicht auf Ölbasis, die einfach ein bisschen fester ist. Vielleicht habt ihr damit schon Erfahrung gemacht. Da bin ich so ein bisschen auf euch angewiesen. Es fühlt sich nicht schlecht an. Der Blush bzw. der Lippenstift. Phänomenal. Er sieht wunderschön aus. Die Textur ist toll. Ich traue der Foundation aber nicht. Ich werde euch dazu auf jeden Fall ein Update geben bei Instagram. Also abonniert mich da unbedingt. Ich kann mir vorstellen, dass ich sie trotzdem benutzen würde für Fotos, für Kamera. Weil in dem Viewfinder, ich schaue die ganze Zeit rein, weil das wirklich, wirklich hübsch aussieht. In echt traue ich diesem Produkt nicht, wenn ihr eine normale Haut habt. Wenn eure Haut so ist wie eine Sahara, pupstrocken. Wirklich pupstrocken. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Wir werden uns über das Produkt noch ein weiteres Mal unterhalten. Ihr Süßen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Habt ein zauberhaftes Wochenende. Tschüss.